Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie zu unserer Fahrt in der RB59 Hellwegbahn nach Schwerte. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. In Kürze erreichen wir Westtönnen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte beachten Sie, bis einschließlich 22. Juni finden Bauarbeiten entlang der Linie RB59 statt. Zwischen Holzwickede und Dortmund-Hörde können daher keine Züge verkehren. Informieren Sie sich bitte auf eurobahn.de über Fahrplanänderungen mit Schienenersatzverkehren sowie alternative Reisemöglichkeiten. In Kürze erreichen wir Werl, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Hämmerde, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Lünern, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Hämmerde, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress Richtung Böhnen-Hamm. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Hämmerde. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte denken Sie beim Aussteigen an Ihre persönlichen Gegenstände. In Kürze erreichen wir Holzwickede, Dortmund-Flughafen. Sie haben Anschluss an den Shuttlebus zum Flughafen Dortmund. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte denken Sie beim Aussteigen an Ihre persönlichen Gegenstände. In Kürze erreichen wir Schwerte. Sie haben Anschluss an den RE17 Richtung Kassel. Dieser Zug endet dort. Schwerte. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und bedanken uns für Ihre Fahrt mit der Eurobahn. Auf Wiedersehen.